Dun 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 Little pig, little pig, let me in Wisst ihr, ich bin ja eigentlich gefühlt selten sprachlos, aber diesmal, bei diesem Fall, bin ich's Denn ich, ich weiß einfach nicht, ich hole gerne den Hitlervergleich raus, ja Hitler hat versucht damals Russland anzugreifen, ne Wir wissen alle, Stalingrad und alles Hätte er ein bisschen in der Geschichte aufgepasst Hätte er gewusst, oh meine Vorgänger und so, die wollten auch alle mal Russland angreifen Oh, sind alle krachen, gescheitert Und genau so sieht's auch aus mit unserem Transfer von Davy Selke Der anscheinend ja wirklich auf das Ziel geraten ist Ich bin fassungslos, ich bin fassungslos, dass wir so einen Spieler Dass wir nicht aus der Vergangenheit lernen Dass wir so einen Spieler wirklich verpflichten Wo jeder andere Verein sagt, Gott bewahre, geh weg Jeder Verein, wo er da war Leipzig wollte ihn loswerden, Hertha wollte ihn loswerden Auch Köln, auch wenn er jetzt sagt, er ist Publikumsliebling und alles gewesen Ich glaub das nicht Ich wette mit euch, unter diesem Video schreiben auch sehr sehr viele Kölner, dass die sagen Ey Gott sei Dank, ist der Typ endlich weg Der einzige Verein, der sich freut, dass eben dieser Spieler auf dem Markt ist Ist der Hamburger SV Der hat ja anscheinend auch Bundesligisten und so auf den Zettel gerufen Ein Scheiß, ein Scheiß hat er Wirklich ein Scheiß Ich kenne keinen Bundesligisten, der doch ein bisschen Verstand hat Der diesen Spieler irgendwie verpflichten möchte Und ich, nein, da heißt es nicht Ja warte doch erstmal ab, wie der in Hamburg spielt Nein, will ich nicht Ich will nicht abwarten, denn ich weiß, was ich bekomme Ich bekomme einfach ein Vergangenheits-Bobby Wood serviert Das wäre ein Todessturm Bobby Wood und Davy Selke Ich habe es immer wieder gesagt Das ist die Crème de la Crème, die wir wirklich besitzen könnten Ich verstehe wirklich nicht, was da die Pläne sind Und auch ein Baumgart Wenn wirklich ein Baumgart sagt Ich hätte gerne diesen Spieler Würde ich gerne sagen Okay Bruder, hier, Vertragsauflösung Such dir einen Verein mit diesem Spieler Aber komm bloß nicht zu unserem Hamburger SV Denn wir haben genug Baustellen Und so einer, der verletzungsanfällig ist Ich weiß nicht Viele sagen, oh, das ist ein Mentalitätsmonster Ja, stimmt, klar, natürlich Wenn du 4-0 hinten liegst Und das 4-1 machst Und dann dein Trikot ausziehst Dann musst du sehr, sehr viel Mentalität haben Ja, dann musst du sehr überzeugt sein von dir selbst Denn das ist Selke Er ist ein sehr überzeugter Fußballspieler von sich selbst Ja, er ist so ein Lasogger-Bobby-Wood-Klon Irgendwie so ein Mutant in meinen Augen Er hat gefühlt gar nichts im Profibereich zu suchen Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ überhaupt hochgekommen ist Viele sagen, oh, das ist so koffballstark Und oh, so gefährlich Der hat 6 Tore gemacht in der abgelaufenen Saison Nichts Besonderes in meinen Augen Und es tut mir auch leid an alle Leute Die vielleicht sagen, ey, David Selke ist doch ein stabiler Kicker und so Es tut mir einfach leid Aber denen spreche ich einfach die fußballerische Kompetenz ab Also es tut mir leid Wirklich Ich habe selten Also ich lasse viel durchgehen Ja Ich höre schon Leute, die auch sagen Jatta ist ein richtig guter Kicker Selbst daran kämpfe ich sehr, sehr stark mit mir Ja Aber Also Ich Ich weiß nicht Hamburg hat irgendwie so ein Faible daran Solche Solche Fabelwesen zu sich zu holen Ich kann es mir anders nicht vorstellen Ich kann es mir anders nicht sagen Es läuft endlich mal ein bisschen besser Ja Ich dachte Okay Unter Kunst und so Werden die Transfer besser Karabek Bin ich komplett überzeugt von Jetzt auch noch dieser Georgier Der jetzt auch anscheinend Der kommen soll Ne Grüße gehen raus Video ist auch schon oben Schaut gerne mal vorbei Kam gestern Der soll ja auch kommen Bin ich auch komplett überzeugt davon Aber dann diese Diese Namen Ein Benno Schmitz geistert noch herum Ein Davy Selke Und daran merke ich einfach Um Gottes Willen Wenn diese Leute wirklich kommen Haben wir wirklich den größten Fehler gemacht Dass wir an Baumgart festgehalten haben Also ich Wirklich Ich kann es nicht mehr Ich Man Man bekommt Also man bekommt immer Kopfschmerzen Man bekommt immer wieder Kopfschmerzen Man bekommt immer wieder irgendwas zu tun Beim Hamburger SV Es wird nie langweilig Wirklich Es wird nie langweilig Gerade eben habe ich so gedacht Ich bin gar nicht so gehypt auf die neue Saison bisher Ich muss euch wirklich sagen Ich bin jetzt Wenn dieser Transfer durchgeht Und er wirklich Er will ja einen 3-Jahres-Vertrag haben Ein Davy Selke Er ist jetzt 29 Jahre alt Im besten Fußballer-Alter eigentlich Also wenn er das bekommt Das wird einer der größten Fehler Den der Hamburger SV jemals gemacht hat Das wird einer in der Kategorie Berg Bobby Wood Sven Schiplock Das werden solche Mit diesen Namen wird er in Verbindung gebracht werden Und das sind nicht diese Namen Die Wo ich sage Oh cool Ja Geil 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 Sondern das sind diese Namen Wo ich mir sage Ey diese Namen Haben uns in diese zweite Liga Erstmal reingeführt Ich sage es euch so wie es ist Ihr merkt es Ich bin Komplett Komplett Nicht mal 99,9% Ich bin 100.000% Gegen diesen Transfer Und wenn dieser Transfer wirklich zustande kommt Muss ich wirklich auch sagen Herr Kunz Ich dachte wirklich Sie haben Fußballwissen in sich Sie sind ein Fußballfachmann Aber dann Muss ich wirklich sagen Es tut mir leid Es tut einfach mir leid Aber dann Habe ich mich geirrt Anscheinend Dann habe ich mich komplett geirrt Kann auch sein Dass er kommt Und seine 20 Tore macht Und so Aber das glaube ich nicht Das glaube ich einfach nicht Denn ich habe auch schon ein bisschen Ahnung Ich habe diesen Typen Jahrelang spielen gesehen Und ich weiß Überall wo der war Jeder war froh Als er wieder gegangen ist Und bitte Liebe Herthaner Liebe Kölner Auch liebe Leipziger Falls ihr dieses Video seht Schreibt es gerne in die Kommentare Was dieser Mensch eigentlich für so ein Typ ist Wie der auf dem Spielfeld eben agiert Dann Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt Ich bin komplett abgeneigt Ich bin komplett abgefuckt Ich kann das nicht nachvollziehen Dass man so einen Spieler holt Und wer jetzt sagt Ja ablösefrei könnte man ihn ja holen Der kostet trotzdem viel Gehalt Und da könnte man viel 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 Besseres Heranholen Viel besseren Spielertyp finden Ein Davy Selke ist verletzungsanfällig Und kann gefühlt Nichts am Ball Aber wie gesagt Das ist nur meine Meinung Schreibt es gerne in die Kommentare Seid ihr glücklich Über einen Transfer Von Davy Selke Zum Hamburger SV Oder sagt ihr so wie ich Gott bewahre Geh weg Ja Das würde mich interessieren Gib dem Video gerne ein Like Und ein Abo Wir sehen uns Beim nächsten Video Bei Pedro Schmitz Auf Wiedersehen 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 Vielen Dank.